Hallo und Herzlich Willkommen zur neuen Folge 1119 auf der Hofbergmann. So, wir starten wieder. Let's see go! Schnappen uns die Sämaschine. Los gehts! Oha, da muss ich mal schauen. Das wird gut auffüllen, würde ich sagen. Ich muss ja mal sagen, du steht da unten beim Händler rum. Das nehmen wir dann mit zwei Gelegenheiten, sagen wir mal so. Was ist schon wieder? Worte schon wieder. So etwas besser denn diesmal. noch mal da raps auch spazierbar, ob ich nicht vorgekriegt Ich finde, das ist dann mal eine gewisse. Und jetzt kommt es weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, nie aber hoch, ja nicht jetzt. so Oh Gott, was geht jetzt los? Reichen 10, Reichen 2, Fragen immer Fragen. Was ist das, was ich mache jetzt für die Runde? Und hier ist es schon. Weiter geht es. Dann machen wir mal Attacke. Sozusagen quasi alles auch. Halt, stopp. Halt, stopp. So, jetzt haben wir uns eine runde Drei-Schalte. Dann gibt es die Auf- und Abbahn. Niemals auf und ab. Im nächsten Feld, was die Ball gewesen ist, ist quadratig. Aber das ist ja doch ein Stückchen Länge hier. Wir würden die Bahn jetzt rüber und rüber nicht hinbringen. Weil ich da nur am Militärdrehen wäre. Und das ist ja auch ein Stückchen Länge hier. Und das ist ja auch ein Stückchen Länge. 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 Oh Gott, jetzt los von Belize in der Mühle. Oh, ich habe vergessen, das Bild lang zu machen, was so groß ist. Egal, weil ich jetzt gerade, dass das Bild so groß ist. Da habe ich schon zwei Folgen Feuers genommen. Na ja, ist das manchmal oder nicht. Oh Gott, nicht hier, nicht hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020